Wir haben gesehen, was der Inhalt der Berliner Erklärung war und in welcher Weise die Pfingstbewegung dort beurteilt worden ist. Nun gab es schon vor der Berliner Erklärung in den pfingstlich orientierten Kreisen Tendenzen zur Separierung. Man veranstaltete bereits 1908 eine eigene Pfingstkonferenz in Hamburg und gab auch schon bald ein eigenes Informationsblatt heraus, die Pfingstgrüße. Im Juli 1909, zwei Monate vor der Berliner Erklärung, gab es in Mülheim an der Ruhr eine Konferenz, bei der man sagte, dass der Geist Gottes über die Versammlung hereingebrochen sei. Bei dieser Konferenz kam es zu unterschiedlichsten Heilungen, zu Freisetzung der Gabe von Zungenrede, zu hellem Licht, das sich in der Halle bewegt haben soll und Pastor Paul, der dort anwesend war, verneinte ganz entschieden die Aussage, dass jemand, der nicht in Zungen spricht, dass der nicht den Heiligen Geist hat. Außerdem schreibt er, wir freuen uns, dass uns der Herr vor auffallenden Szenen bewahrt. Das ist ein interessantes Gegenbeispiel zu den Vorgängen in Kassel. Trotzdem war die allgemeine pauschale Verdammung alles Pfingstlerischen nicht mehr aufzuhalten. Ende September 1909, also kurz nach dem Verfassen der Berliner Erklärung, gab es in Mülheim eine weitere Konferenz, eine Folgekonferenz und man hatte 2.500 Teilnehmer, die Zeitungen sprachen sogar von weitaus mehr, bis zu 10.000 Teilnehmern an dieser Konferenz. Die zwei Wochen zuvor erschienene Berliner Erklärung wurde auf dieser Konferenz verlesen und es wurde eine eigene Erklärung als Antwort darauf verfasst, die sogenannte Mülheimer Erklärung. Auch diese Mülheimer Erklärung kann man bei uns auf der Homepage finden und nachlesen. In dieser Deklaration wurde eingeräumt, dass es negative Randerscheinungen gegeben hat. Es wurde zum Ausdruck gebracht, dass man als Volk Gottes in Einheit, in brüderlicher Verbindung zusammenstehen sollte, aber die Aufbrüche wurden doch ganz deutlich als göttlich gegeben verteidigt. Acht Monate später, im Mai 1910, kam es dann zum eigentlichen Zerbruch. Es war die Gemeinschaftskonferenz in Gnadau. Dort haben 16 Leiter sich bei vier Enthaltungen gegen jeglichen Kontakt zu Pfingstbrüdern ausgesprochen. Der fast 80-jährige Evangelist Elias Schrenk hielt einen ganz entscheidenden Vortrag, in dem sagte er unter anderem, dass Jonathan Paul ein lieber Bruder sei, aber biblisch unklar. Er würde sich mit Terstegen und mit Wesley decken, mit ersterem zu Unrecht. Und dann sagt er, wie könne man sich auf einen Wesley berufen, gegen die Reformatoren, gegen die württembergischen Väter und so weiter. Wir haben hier einen interessanten Aspekt. Elias Schrenk hebt die Diskussion auf eine theologische Ebene zwischen der deutschen Theologie und der angelsächsischen Theologie. Diese ist letztlich in der Berliner Erklärung auch aufeinander geprallt und erfordert einen Rückzug auf die deutsche theologische Tradition. Und so fährt er weiter fort, wir haben mehr gründliche Theologie als die Engländer. Wir müssen Hüter der lauteren Lehre bleiben. Die Drei-Stufen-Theorie, also Bekehrung, Heiligung, Geistestaufe, müsse aufhören. Sie ist durch und durch unbiblisch und, Gottlob, auch durch und durch undeutsch. Unddeutsch. Das ist die eigentliche Kernaussage. Diese Bewegung ist undeutsch. Er mannte dann zu geistlicher Keuschheit und sagte, eine Keuschheit, die sich fürchtet vor kalifornischer, norwegischer, englischer oder holländischer Handauflegung. Nachdem diese einst private Erklärung nun gewissermaßen doch offiziellen Status erreicht hatte, entwickelte sich eine verblüffende Eigendynamik, die in keiner Relation zum Anlass der Erklärung und dem nicht vorhandenen Mandat der Unterzeichner stand und die ein weltweit in dieser Schärfe einmaligen Vorgang auslöste. Im Deutschen Leib Christi kam es in den folgenden Monaten und Jahren vielerorts zu Verdächtigung, zu Kritik, zur Ausgrenzung, zu Übervorsichtigkeit im Umgang mit pfingstlichen Christen. Es kam zu Blockbildung, zu Solidarisierungszwängen und zwar auf beiden Seiten. Es kam zu Gefolgschaftsmentalität und der Übernahme von Standardurteilen. Die Erklärung zwang nun die erweckten Christen, ganz massiv Stellung zu beziehen. Und zwar, ob sie es wollten oder nicht und ob sie es verstanden, um was es ging oder nicht. Sie mussten Stellung beziehen und vielen, vielen Christen fiel dies schwer. So schreibt der bekannte Evangelist Ernst Modersohn, der maßgeblich bei der Erweckung in Mülheim mitgewirkt hatte, ich hätte viel darum gegeben, wenn ich klar und bestimmt auf eine der beiden Seiten hätten treten können. Aber ich konnte es nicht. Plötzlich stand man als Christ vor der Entscheidung, für oder gegen diesen pfingstlichen Aufbruch zu sein. Es gab kein Dazwischen. Innerhalb einer ganz kurzen Zeit kam es zu einer Polarisierung im gesamten Leib Jesu in Deutschland. Es liegt auf der Hand, dass die meisten Christen, der weitaus größte Teil, sich gegen den pfingstlichen Aufbruch entschied, der in kurzer Zeit mehr oder weniger aller Orten verschwand und untersagt wurde. Alle Tendenzen zu irgendwelchen Pfingstlerischen, alle Manifestationen verschwanden einfach. Alles Pfingstlerische war innerhalb kurzer Zeit tabu. Menschen, die in diesem neuen Aufbruch jetzt das Wirken Gottes sahen oder den Heiligen Geist sahen, wurden plötzlich Pfingstler. Sie mussten vielerorts ihre Gemeinden verlassen und sich in neuen Kreisen gleichgesinnter zusammenfinden. Etliche sind auch in eine innere Emigration gegangen und in ihren Kreisen geblieben, haben ihr geistliches Leben auf die Privatsphäre verlegt. Die entstandene Kluft zeichnet sich trotz der immer wieder von verschiedenen Seiten aus initiierten Versöhnungsversuche als unüberbrückbar. Selbst wenn Ende des Jahres 1910 auf der Gnadauer Konferenz in Wandsburg 38 führende Brüder den Unterzeichnern der Berliner Erklärung vorwarfen, sie hätten sich mit dem Urteil von unten geirrt. Diese Gruppe bildeten die sogenannten Neutralen. Ernst Modersohn kritisierte den Mangel sowohl an geschichtlichem Überblick wie einer Selbsterkenntnis, die aus der Krise zu wahrer Gesundheit hätte führen können. Ein anderer der Neutralen, der Gründer der Zeltmission, Jakob Vetter, schrieb in seiner Zeitschrift dem Zeltgruß ein Abschiedswort für Jonathan Paul, der jahrelang leitende Evangelistin der Zeltmission gewesen war. Nach den Querelen sah er sich genötigt, diesen Dienst aufzugeben. Und Jakob Vetter schrieb, wir haben zusammen gelitten und gekämpft. Und ich habe dich als einen erkannt, der Jesus lieb hat über alles. In ihm, dem Hochgelobten, bleiben wir verbunden, bis aller Neid und Streit ein Ende hat. Die Polarisierung war jedoch bereits perfekt. Binnen weniger Jahren vollzog sich eine komplette Trennung innerhalb der deutschen Christenheit. Die Forderung der Berliner Erklärung, sich von dieser Bewegung fernzuhalten und von dem dort wirkenden Geist loszusagen, hatten große Teile der deutschen Christenheit gehorsam geleistet. Was aber war, wenn dieser Geist doch der Heilige Geist war, von dem man sich hier nun öffentlich so deutlich losgesagt hatte? Die Berliner Erklärung gewann in den folgenden Jahren zunehmend den Stellenwert einer verbindlichen Erklärung der deutschen Christenheit gegenüber dem sektenhaften Randphänomen der Pfingstbewegung. Und zahllose Gruppierungen nahmen sie in den folgenden Jahren und Jahrzehnten bis heute immer wieder für sich an. Der Gnadauer Verband bestätigte die Erklärung in den Jahren 1934, 1945, 1956, 1972, 1975. Und man hat den Gnadauer Verband immer wieder aufgefordert, doch diese Berliner Erklärung zurückzunehmen. Aber das ist völlig unsinnig. Es ist unmöglich. Es handelt sich um ein geschichtliches Dokument. Das kann man genauso wenig zurücknehmen wie eine Klickserklärung zum Ersten Weltkrieg. Auf jeden Fall war es so, dass im Bewusstsein der deutschen Christenheit die internationale Pfingstbewegung über Jahrzehnte hinweg ausgeblendet wird und zur Sekte abgestempelt wird. Das begeisterte und so sehnlichst erwartete Wirken Gottes, auf das man über Jahrzehnte hingefiebert hatte und das zu einer umfassenden Erneuerung der Christenheit in Mitteleuropa hätte führen können, wurde nun, als es denn da war, ignoriert, missverstanden und dann bewusst, scharf und in aller Deutlichkeit als widergöttlich erklärt.